Zwei, drei. FIFA 22 ist da. Hier haben wir den Jeremy von Pong. Und hier ist seine neue Karte. Gucken wir mal, ob er sich dieses Jahr verbessert hat. Zu letztem Jahr. Ja, gucken wir mal rein. Tempo. 91. Bist du gut mit dem? Was? 96. 2 Mbappé. Der hat auch nicht mehr verdient als 91. Bist du 96. Einer der schnellsten Spieler in der Liga. Okay, das ist gut, das ist gut. Du fährst, du fährst. Ja, das ist gut. Was denkst du? Schreien? Nein, du kannst nicht schreien. Ich kann nicht schreien, also ich will nicht. Ich denke, wir sind 20. Schraub dir! Okay, es ist nur 50. Okay, 50. Okay. Passend. Passend. Sehr gut. Oh, danke, mein Mann. Deswegen ein bisschen zu wenig. Er macht gute Assists. Es könnte ein bisschen mehr sein, FIFA. Okay, das ist gut. Aufpassen. 7. Dribbling? 85. Du gut dribbler? 85? Ja. Du denkst? Wow. Nein, nein, nein. Du gut? Du gut? Musa sagt das gut. 77? Ja. Nein, ich bin gut. Du gut dribbler. Du gut dribbler. Aber 77 für die Defender ist gut. Er sagt, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Ich habe mich nicht mehr davon. Die Defender, was du denkst? 70. 70? Ja. Du bist ein guter Defender? Ich denke so. Okay. Was? Du bist ein Defender und du hast 64? 64, Mann. Nein, das ist... Komm, komm. Das ist ein bisschen disrespektvoll, Mann. Ah. Ja, ich fühle dich. Eigentlich muss ein bisschen mehr sein. Aber das ist ein Verteidiger. Physik, er trankt. Bro, du bist ein kleiner Typ. Was denkst du? Physik? 60. 60, Mann. Oh, 68. Komm, komm. Gut. Gut, gut. Das ist mein Tor, das ist mein Tor. Ah. Du bist voll? 75. 75? Ja. Okay. 73, Mann. Ich habe hier die einzige Silberkarte, glaube ich. Oder? Ich habe Silber. Okay. Bukol, du bist eine Karte, die Grise. Der hat die einzige Silberkarte hier. Deswegen... Bukol, du bist eine Grise. Bukol, du bist eine Grise. Ich höre dich, Mann. Danke. Jonas Tonta, neue Karte. 2022. Wie geht es? Wie denkst du? Ich denke, 80. 18. 80, 80. 80. Tempo? Ja. Jonas, du willst ja schneller als ich, oder? 67. Was? Das ist der Leer. Mann. Sag ihm, sag ihm. Hey, Fifa. Mach das nicht mit meinem Mann, Mann. Das ist gut, komm. Nein. Okay, reden wir nicht weiter darüber, oder? Schuss. 27. 27. 27. 27, okay. Nein. Wir haben sie drei, Mann. Ich habe super Schuss. Ne, keine, keine. Pass auf. 55. Geh sie, komm, komm. Ich gehe den Dings, Pro will los den Soccer spielen. 55. Dribbling. Mann hat den übertrieben, Mann. Das ist so die, du machst jedes Spiel 10 Viertel, Pästsaison. Dribbling, Dribbling, Jola. Ich bin ein Dribbleer. Mann. Du bist aber von Dienstein, hast du die Dreck gesehen im letzten Spiel? Die sehen gar nichts, ne? Bei Dribbling würde ich auch echt sagen, Jungs. Mehr, ne? Bisschen? Mit Hacke und so. Defensive. 79, Bruder. Du musst eigentlich bei der 80er sein. Ja, war ich auch vorher, aber ich habe mich anscheinend verschüttet. Boah, fies ist. Total 81 ist alles geblieben. Aber Jona, ich sag dir ja nicht, ne? Also, warte kurz. Ich bin sehr unzufrieden mit meiner Karte hier. Also, das ist frech. Das auch. Mein Schuss ist sehr gut. Pass auch. Pass ist auch. Ist zu viel. Also, 55 und Dribbling auch. Also, das geht nicht. Da müsst ihr vielleicht nochmal nachbissern. Ich gebe euch noch eine Chance. Auf jeden Fall. Und was wolltest du noch sagen? Ne. Ich wollte dich noch supporten bei Physis, weil Jona ist auf jeden Fall der, ich glaube, der stärkste Spieler, also vom Körper der stärkste Spieler in der Bundesliga. Da muss auf jeden Fall mehr als 81 sein. Ja, Mann, danke. Ja, ich sehe dich. Das ist in Ordnung. Du bist ja auch nicht schneller. Wie viel hast du denn bei? Ah, du wirst, du kommst. Jeremy, du bist in Ordnung. Okay. So, hier ist Nadims FIFA-Karte. So, ich werde seine Ratings machen. Kannst du normales Englisch sprechen, nicht dein Akzent? Ja. Ich bin Nadim Amiri. Und ich werde seine FIFA-Ratings machen. Also, ich denke, das ist Speed. Du kennst das? Ja. Ey. 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 Ey, ey. 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 Eineny diagnostic ist die Dismlyk. Und dann 82, glaube ich. Ich denke, du bist stärker. Ich gebe dir 75. Oh, der Leiter. Und dann deine Überraschung, glaube ich, 77. Gut, gut, gut. Das ist eine gute Karte. Ich werde nie wieder FIFA spielen, dass du Bescheid wirst. Das ist auch ein Stinkloser hier. Wer ist fast? 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 Aber im Real-Life? Nein, er ist fast. Also, Musa? Ja. Okay. Wir fangen mal anders an. Also erstmal Musa Diaby, ne? Deine Karte. Ich mache mal auf Deutsch, ne? Also, Dribbling. 55. 55? Das finde ich absolut frech. Also, das ist von allem gerade die frecheste... Bro, warte, 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 warte. Es ist eine falsche Karte. Ich habe es auch gesehen. Ja, das ist eine falsche Karte. Es ist keine falsche Karte. Es ist nicht falsche Karte. Nein, das ist wirklich. 55? Das geht nicht. Das geht nicht. Nein, das geht gar nicht. Wie führst du? Das ist meine Gesamtwertung. Komm mal. Hä? Warte mal. Ja. Ja, okay. Jetzt nehmen wir natürlich alles schon. Können wir ja trotzdem mal kommentieren. 94 Tempo. Ja. Ist gerechtfertigt. Auf jeden Fall. Könnte man auch... Nein, 94 ist gut, ne? Ja. Ja. Schuss. Boah. Nein. Nein. Nein? Ja. Ja. Für mich 80. Minimum. 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 Ja, Tore. Ja, Tore. Ja, mach Tore. Ich weiß gar nicht, was das soll jetzt hier. Pass. 73. Ah, ist okay. Dribbling 85. Das ist auch gut. Ja, aber diese Saison würde ich auf 90 spielen. Er muss auch. Ja, ich auch. Am Stammgelenk. Yes. Defending. Aber das stimmt auch nicht, ne? Er arbeitet jetzt auf jeden Fall mehr. Nein. Na plus. Er ist stark. Finde ich auch... Ja, also das finde ich ein bisschen schwierig. Und Schuss hat er auch mehr. Aber ansonsten eine sehr gute Karte. Wie ist das? Also der Schuss ist echt trocken. Trocken. Jetzt bin ich gespannt. Also. Floriert seine Karte? Wir sehen schon mal, dass er von einer Silberkarte auf eine Goldkarte gekommen ist. Und ja. Schauen wir uns mal die Werte an. Ist ja auch ganz lustig wieder hier gewesen mit dem Spiel Schnee. Warte mal. Zeig mal, was sie... Ah, ne. Also. Ich frage dich einfach mal. Was glaubst du ist dein Tempo? Tempo? Realistisch, Bruder. Weil wir wissen ja, dass du manchmal denkst. Also realistisch... Realistisch würde ich sagen... 86. Realistisch. 86. Er sagt... Was sagst du? Realistisch. Du hast 67 Tempo. Was redest du? 86. Er hat den Speed. Bin ich ehrlich? 86. 86. Warum bist du so fast, Bruder? Warum bist du so fast, Bruder? 86 ist ein bisschen viel. Ich würde 86 sagen. Okay. Ja, ist ja... Tempo ist 72. Auf deiner Karte. Okay. Letztes Jahr war 74. Da war ich langsam. Jetzt bin ich schnell geworden. Ich hab 72. Ihr merkt schon... Spannung. Und äh... Dein Schuss, Bruder? Ah oh. Was glaubst du dein Schuss? Mein Schuss würde ich sagen... Also ich... Ich sag... Ich sag... Ihr erstmal... So was... Weißt du schon? Ich weiß was. Was würdest du sagen realistisch? Also diese Saison... Du hast ja immer Tor. Der ist 85. 85. 85 würdest du sagen? Mhm. Schau. Für mich. Ich denke vielleicht 80. Ich denke 80. Ja. Ich weiß nicht. 80. Ja, ich sag mal. Also ich will nicht so pushen, deswegen sage ich auch 80. Ist das ok? 68, Bruder. Ja. Also ich wusste, dass es nicht so viel ist, aber... 68, ach so. 68 ist diese... Ich schieße immer Pfosten. Nein, nein. Bruder kommt nicht mal an 68. Tribüne ist das 68. Äh... Was glaubst du hast du bei passen? Passen? Mach ich ja auch. Ein Schuss, ok. Deswegen sage ich mal so... Ich... Sag ja 75. 76. 76. Dribbling? Kannst schon gut, ne? 85. 83. Da haben die einen Such... Aber hast guter Wert. Ja. Defensiv? Ich habe ja immer die meisten Balleroberungen. 50. Nein. Defensiv? Ja. 60. 51. Ist auch übertrieben wenig, ne? Ja, wenig, ne? Finde ich. Physis? Physis ist... Bin ich mal gespannt. 69. Ja. 59 ist sehr wenig. Mit so 65 wäre ich zufrieden. Ja, aber die meinen ja eh wohl. Ja, ja. Die haben ja auch persönliche Probleme mit uns, glaube ich. Deswegen haben wir auch... Deine Gesamtwertung ist 78. Ist gut. Ja. Das ist schlecht. Plus 10. Bin ich zufrieden. Also ich wäre auch gerne auf 80 gelandet. Aber... Das ist von Wieser. Wir wollen ja nicht übertreiben. Also Fifa. Habt ihr mal wieder klasse gemacht. Also... Ja. Nadib. Danke, scheiß Fifa. Du bist glücklich mit diesen Karten? Nein. Nein. Das ist nicht realistisch. Das ist nicht realistisch. Ja. Nein. Also da gibt es echt manche Sachen drin, die muss man gar nicht verstehen. Ja. Also wirklich. Wenn man so Spieler vergleicht... Ich wollte nicht. 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 Das geht auch nicht. Ich wollte nicht mehr. Ich wollte nicht mehr. Du weißt, was 64 Defending bedeutet. Jeder kann mich übertreiben. Das ist was 64 Defending bedeutet. Okay. Vielen Dank für die Karte. Ich denke, dass alle nicht zufrieden sind. Aber das ist okay. Wir spielen ein paar andere Spiel. Danke. 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 Sch supp das apresentieren. Sowasier.